Wieso mache ich das überhaupt? Wieso arbeite ich mit Menschen? In den Phasen, in denen ich, also wo ich so durch meine Prozesse gegangen bin, und das gibt es natürlich auch immer wieder, aber das ist zum Glück jetzt ein bisschen nicht mehr so heftig wie früher, nicht mehr so langanhaltend wie früher, nicht mehr so dramatisch auch wie früher. Aber es gab viele Momente, wo ich einfach dachte, Mensch, könntest du dir nicht einfach einen ganz normalen Job suchen? Da, wo es nicht dauernd um dieses Menscheln geht, um diese tiefen Probleme, um diese seelischen Abgründe, um diese Verstrickung etc. Und das hat mich wieder daran erinnert, als ich diesen Satz hörte. Wieso mache ich das? Weil ich will, dass das, was ich mache oder was auch andere, die was Ähnliches machen wie ich, dass das was Politisches ist. Und da möchte ich vielleicht an der Stelle erklären, also auch ein bisschen was für die Bildung hier an der Stelle. Vielen Dank.